herzlichen glückwunsch an alle leute heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei warte kam ich spiele heute mech arena heute ist montag und ja wir fangen mal direkt an mit kein wettbewerb ich glaube ich habe hier noch ein paar queste übrig muss mal kurz gucken wöchentliche kontrollpunkt einnahmen muss noch viel machen also kontrollpunkt einnehmen dann spielen wir das doch gleich viel spaß es geht los die erste runde also letzte woche mit dem wettbewerb war ja richtig katastrophe fand ich ich wurde teilweise mit leute in den topf reingeworfen die in der zweiten liga sind spiel normal so in der vierten fünften liga und da hatte ich natürlich keine chance gehabt nämlich so auseinandergenommen ich habe gehört die wollten das jetzt wieder rückgängig machen da bin ich ja mal gespannt und 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 ja und 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 ich will ein im arm ist zu langsam nein nicht mich warum auf mich? vor mir war doch die k.i gewesen nein du hast ein spiel ab? nein, komm doch nicht zu mir schießt ihn schnell ab shit, alle weg schön, schön das gewinnen wir noch zwei punkte nur noch, ein punkt jawoll gewoll allerdings habe ich nur ein kontrollpunkt eingenommen war das glaube ich ja das heißt ich bin noch nicht viel weiter mit der quest naja doch ein punkt näher dran zwei eingenommen zwei schon mal bisschen besser gut wie sieht es aus? welche position habe ich? welchen platz? ich schaue mal welcher platz der player war ich glaube der war nicht so gut und der shadow shadow und shadow naja bis gleich und so die zweite runde geht los ich habe es gerade gar nicht geschaut wie stark die anderen beiden waren was solls ist ja sowieso egal ach mensch schnell vorne laufen damit ich noch den einen punkt hier kriege ja super in dieser runde nämlich die kontrollpunkte einzunehmen ist immer ein bisschen schwierig sowieso allgemein bei drei kontrollpunkten einnehmen ist immer ein bisschen schwierig ach hinter mir vom schuss das war immer daneben geschossen ok sehen wir das war so weit weg hm naja ich wusste nicht wo ich hinlaufen sollte oder GOT w w sten w w sim fer sagt Hier die Schilder von ihnen schon mal weggeschossen. Oh ja klar dass er mit Rakete kommt. Das war jetzt Ding. Das war die Rache. Oh nein nein. So, weg ist er. Der nächste. Okay. Der nächste. Okay. 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 Das sieht gut aus. Jawohl. Dann habe ich jetzt mein Einliegfest auch fertig. Gott sei Dank. Ja und wieder ein Sieg. Oh ich war auch mit dabei. Jetzt schaue ich gleich mal was für Lohn ich jetzt gleich noch spielen kann. Weil Errohungen habe ich jetzt so voll. Das hat mir auch hier angezeigt jetzt. Tada. Fertig ist die Quest. Der beste Spieler. Ja. 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 Ich war mal wieder der beste Spieler. Habe ich über eine Woche drauf gewartet. Okay. Dann schauen wir mal was wir als nächstes machen. Lasst euch überraschen. Okay. Okay. Die dritte Runde geht los. 2 gegen 2. Ich habe da jetzt noch diese obligatorische Quest der Motorhammer da ist. Ich mache 2 Millionen Schaden in 2 gegen 2 Match. Das würde ich zwar nicht schaffen. Auch weil es heute die letzte Runde für mich ist. wenn wir danach leider nicht mehr weiterspielen können. Nein. Ich bin da um die Ecke. So. Genau. Ich muss mich gleich zur Arbeit. Jetzt kann ich gleich nicht mehr weiterspielen. das andere macht dope. Run. Put in 2 um mit ihm schießt eine rakete abgeschossen slingshot gegen killshot zum schott gewinnt jawohl nein ich glaube der wäre jetzt gestorben na egal 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 jetzt wir den rakete man diesmal nicht oder wie sieht mich eine rakete an eine rakete eine mit raketen einmal gegen armand geschossen Oh ich seh mich an, schieß auf mich. So, ich probier mal, nervisiert gerade den anderen. Wird so ein bisschen spannender. Och ne, nicht diese. Ja, super. Die 1. Komm, jetzt gehen wir mal mit Slimshot wieder rein. Boah, Mist. Ja, das war klar. Das war ein bisschen dumm von mir, aber... Das war's. 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 Ich hab' nichts Schnelles mehr, dass ich an ihn rankommen könnte. Das war's. 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 ziemlich gleich gut. Oder gleich schlecht. Okay, ciao, ciao. Musik